Endspiel bei den Bezirks-Seniorenmeisterschaften am 11. Januar 2009 in Jensbach in der Königsklasse. I-40, Günther Volgert, CSV Winkelheit, Dürgen Jürgen Vies, Gerd Kasparter-Neunis-Neunberg. Wobei ich mir jetzt nicht einmal sicher bin, ob das nicht schon die Ü50 ist. Wahrscheinlich schon. Günther, was spielt ihr? I-40 oder I-50? 50, dachte ich mir doch, eine alte Knacke hier. Also, I-50 haben wir ja schon. Ü40 fällt mir gerade ein, hat ein gewisser Steffen Körner gewonnen. Steffen Körner aus Althoff im Endspiel gegen Frieder Kröger.